Herzlich Willkommen bei Fernsehkritik TV. Und natürlich wäre es wünschenswert, denen irgendwie auch mal beizukommen, wenn sie wirklich ausfallend und beleidigend werden. Nur das, was dieses Gesetz vorsieht, zumindest in der Form, wie es zurzeit vorliegt, ist auch ein Stück weit eine Einschränkung der Meinungsfreiheit. Und da wird es denn schon wieder ein bisschen schwieriger. Das würde aber jetzt zu weit führen, das hier detailliert noch zu besprechen. Noch ist das Gesetz ja auch nicht in der fertigen Form verabschiedet. Der Druck von außen wächst jetzt zurzeit gewaltig. Es gibt viele Verbände, Deutscher Journalistenverband und so weiter, die sich also auch dagegen wehren und appellieren, dass das so also nicht gesetzt werden soll. Also gucken wir mal, was da am Ende für ein Gesetz überarbeitet wird. Ja, Funk zieht ja auch eine Menge Hasskommentare auf sich. Aber ich sag mal so, wer Scheiße produziert, darf sich halt nicht wundern, wenn die Leute so reagieren. Dies gilt insbesondere für einen vollkommen verqueren Kanal mit dem Namen Jäger und Sammler. Das habe ich damals auch schon mal in dem Top-Ten-Ranking erwähnt. Wobei mittlerweile haben die sich noch ein paar Dinger mehr erlaubt. Das Problem ist einfach, bei Jäger und Sammler geht es sehr stark um das Thema Multikulti. Und eines sollte man bei dem Thema keinesfalls tun, nämlich den Leuten mit dem erhobenen Zeigefinger kommen und ihnen sagen, das ist aber, dann macht man alles nur noch schlimmer und zieht natürlich entsprechende Kommentare auf sich. Und der Clip, den ich Ihnen jetzt zeige, der hat eben auch entsprechend viele Dislikes bekommen, wie man sieht. Das ist schon eine reife Leistung. Also nicht mal Lars mit seinem Xavier Naidoo-Clip hat es das erreicht. Also da muss man schon eine Menge leisten, um solche große, große Zahl von Dislikes hinzubekommen. Und es geht um diesen Clip hier. Für euch, die das wird man doch noch sagen dürfen, Gang, bin ich der Ausländer, der Flüchtling, der Nafri, der Moor, der Ziegenficker, der Drogendealer, der Neger, das Schokotörtchen, der Andere. Und ich dachte, ich sei einfach nur ich, wie dumm von mir. Da ist mir wohl die I have a dream Nummer zu Kopf gestiegen. Sorry, Martin. Und ihr, ihr seid einfach nur weiß. A.k.a. privilegiert. Ja, 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 ich höre euch schon miauen. Wer, wie, wo. So, wir privilegiert Zeit für die deutsche Nationalheul-Mimimi-Hymne. Und die geht so. Wir sind fremd im eigenen Land. Mimimi. Wir sind keine Rassisten, aber. Mimimi. Islam stinkt. Mimimi. Wir sind das Volk. Mimimi. Während ihr den German Blues zwitschert, nicke ich mit dem schwarzen Krauseköpfchen, halte die Schnauze. Bloß keine dicke Lippe riskieren. Nicht aufmuckern. Ich will ja ein guter, braver Ausländer sein. Aber hey, ihr habt echt recht. Euch geht's echt beschissen in Deutschland. Ihr habt es super schwer, eine Wohnung zu finden. Auf dem Arbeitsmarkt habt ihr es überhaupt nicht easy. Und ständig werdet ihr von der Polizei nach dem Ausweis gefragt. Hoppala. Das passiert euch ja gar nicht. Denn herzlichen Glückwunsch, Konfettibombe. Ihr seid ja weiß. Es ist wirklich zum Heulen. Mimimi. Ja, das ging nun in mehrfacher Hinsicht in die Hose. Also zunächst einmal scheint ja Mimimi eher auf ihn selber zu passen. Denn er jammert uns ja hier die Ohren voll. Und außerdem so in Schwarz und Weiß zu unterteilen, wie er das tut. Das ist ja auch schon fast wieder eine Form von Rassismus. Denn alle Weißen als privilegiert abzustempeln, ist natürlich genauso dämlich. Da hat zum Beispiel ein weißer Rollstuhlfahrer kommentiert und hat geschrieben, ja, ich bin zwar weiß, aber dadurch, dass ich behindert bin, werde ich auch diskriminiert. Also was soll dieser Quatsch hier mit Schwarz und Weiß nach dem Motto, ne? Ja, ich könnte jetzt noch eine ganze Menge Clips zeigen von Jäger und Sammler. Und alle haben massenhaft immer den hier. Also es ist schon wirklich heftig. Aber gut, es ist ja egal. Es wird ja mit Rundfunkbeitrag finanziert. Das ist ja eine Lizenz zum Gelddrucken. Man kann ja machen, was man will. Denn machen sie eben alle Daumen runter. Ist doch egal. Wobei, so ganz spurlos ging der geballte Hass der User wohl doch nicht an den Machern von Jäger und Sammler vorbei. Und deswegen haben sie ihre, oder drei ihrer Kritiker öffentlich zu einem Dialog aufgefordert. Und das sah dann so aus. Und jetzt mal Spaß beiseite. Lasst uns drüber reden. Wir laden euch ein zu einem Gespräch mit uns hier in Berlin. Wir haben aus unseren treuen Begleitern die drei ausgewählt, denen wir den größten Hass zu verdanken haben. Es gab wirklich viele gute Kandidaten zur Auswahl. Wir laden also ein. Dorian der Übermensch. Der Doktor Rand. Die vulgäre Analyse. Wir fordern euch hier mit auf. Setzt euch mit uns an einen Tisch. Traut euch. Wir treffen uns an einem neutralen Ort in Berlin. Mit dabei ein Therapeut als Mediator, ein runder Tisch, wir Jäger und Sammler-Hosts und ihr. Und ein Kameramann. Damit unsere und eure Follower den Spaß nicht verpassen. Ernsthaft, wir wollen mit euch reden. Ihr bekommt also Post von uns. Lasst uns nicht im Stich. Ja, klingt ja soweit erstmal ganz schön. Aber letztendlich ist dann auch die Einladung erfolgt. Aber zu so irren Bedingungen, dass die Angesprochenen letztlich gesagt haben, das lassen wir mal lieber. Denn zwei der betreffenden drei YouTuber, nämlich die vulgäre Analyse und der Doktor Rand, zeigen ihr Gesicht nie in ihren Clips. Es ist immer nur ihre Stimme zu hören. Und das wollen die auch so belassen. Und das ist auch ihr gutes Recht. Die Macher von Jäger und Sammler bestanden aber darauf, dass die beide auch zu dem Treffen kommen, unverhüllt, mit offenem Gesicht sozusagen. Und da gab es noch einige Dinge mehr, die an Forderungen gestellt wurden, sodass die drei am Ende gesagt haben, sorry, so kann das nichts werden. Und ich habe hier mal einen kleinen Aufschnitt aus einem Stellungnahme-Video von der Doktor Rand, wo er die ganze Kommunikation mit Jäger und Sammler nochmal rekapituliert. Für eine konstruktive, inhaltliche Debatte wären wir bereit gewesen, mehr Risiken in Kauf zu nehmen, als für ein oberflächliches Gespräch auf emotionaler Ebene, in der wir uns für die Aussagen anderer Nutzer rechtfertigen sollen. Die Frage der Örtlichkeit war für euch überhaupt nicht verhandelbar. Und das habt ihr mir auch direkt auf meine Nachfrage nach der Möglichkeit einer Online-Debatte mehr als deutlich gemacht. Eure unumstößliche Grundposition war und ist es, dass wir den Hosts Angesicht zu Angesicht gegenüber sitzen sollen. Was das Problem mit dieser Haltung ist, habe ich aber bereits in großer Breite dargelegt. Im Verlauf des Gesprächs erklärten Schlomo, Dorian und ich uns dazu bereit, die Reise nach Berlin auf uns zu nehmen und euren Mediator zu akzeptieren, insofern ihr unsere Anonymität ausreichend hättet gewährleisten können. Hierbei ergab sich jedoch ein sehr konfuses Bild. Ihr wolltet uns die Reisekosten erstatten, jedoch nicht näher erläutern, wie dieser Prozess ohne Offenlegung unserer Identität und Reisepläne möglich sein soll. War es euer Plan, uns einen 3- bis 4-stelligen Betrag in bar auszuhändigen, allein auf Basis eures Vertrauens in unser Wort? Inwiefern das anschließend steuerrechtlich auf eurer Seite aussieht, darüber möchte ich eigentlich gar nicht weiter nachdenken. Als Identitätsüberprüfung hätte es euch laut euren eigenen Angaben gereicht, eine Stimmüberprüfung zu machen und dass wir uns vor Ort in unsere Accounts einloggen. Für das Gespräch selbst habt ihr dann jedoch erwartet, dass wir ohne jede Form der Verschleierung mit euren Hosts reden. Gefilmt werden sollte so, dass man uns auf dem Filmmaterial nicht erkennen kann. Ähnlich wie ihr es im Interview des Rappers Komplott gemacht habt. Kameraeinstellung von hinten und das Sitzen im Halbdunkeln. Dass durch diese Darstellung unserer Seite eine zusätzliche Manipulation auf visueller Ebene vorgenommen werden würde und wir allein dadurch schon zwielichtig erscheinen würden, wäre euch bzw. euren Hosts vermutlich sogar sehr entgegengekommen. Jedoch unabhängig davon hätten wir euch insgesamt einen sehr großen Vertrauensvorschuss gewähren müssen und wären gleichzeitig das Risiko eingegangen, dass keinerlei inhaltliche Debatte zustande kommt. Ja, das ist besonders interessant daran, dass Jäger und Sammler eben darauf bestand, es müsse mit einer Kamera ein persönliches Treffen stattfinden, denn die drei haben nämlich auch vorgeschlagen, man könne ja einfach ein Live-Hangout auf YouTube machen. Jeder bleibt bei sich zu Hause, kann sich entsprechend anonymisieren, wenn er möchte und dann wird einfach frei miteinander diskutiert und zwar auch so, dass man nicht manipulieren und schneiden kann hinterher. Das wäre die faireste Lösung für alle gewesen, wäre auch die billigste Lösung gewesen, hätte keiner Reisekosten bezahlen müssen oder sonst was. Aber das haben Jäger und Sammler abgelehnt, sie wollten unbedingt ein persönliches Treffen mit der Kamera unter diesen Umständen. Und da frage ich mich denn schon, worum ging es jetzt am Ende? Würde ich um den fairen Dialog oder am Ende doch vielleicht die drei wieder in die Pfanne zu hauen? Massengeschmack TV Gleich anmelden und 14 Tage kostenlos testen Und da frage ich mich denn, was ich nicht so, dass ich mich 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 so, dass ich mich nicht 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 so Vielen Dank.